Man braucht es vielleicht manchmal im Mathe, beim Metallbau. Das ist schon gut. Willkommen hier zum Schwingenduell von Imrage. Das Format mit Grösse aus dem Schweizer Schwingsport. Das Gewinnen gibt es hier aus einem wunderschönen Samm. Aber klar ist, nur einer kann gewinnen. Das befestigt etwas. Schluftzwingen. Es ist einfach wie ein Döbel, der vorher noch etwas verhandelt hat. Man muss zuerst vorbohren, damit es gut geht. Was ist wohl in der Kleine? Es kommt vor, auch in den Holzbau. Aber er hat richtig Schrieg. Es hat zu viel in diesem Möbel. Döbel. So. Aufs Wernen. Er hat ein bisschen gekostet. Ich hätte bereits gesehen. Was hat die Schulbenzieher denn? Was hat die Schulbenzieher denn? Man braucht es vielleicht manchmal ein Mat zu erstören, beim Metallbau, sicher auch beim Zimmern wahrscheinlich, für Holz an das Zeichnen. Ein Lineal. Eine Frage, was du schon mal brauchst? Nein, das habe ich schon gebraucht. Zum Beispiel der Lappersicher. Ja, der Lappersicher hat, das habe ich schon gebraucht. Metallbauern braucht man sehr viel. Jetzt habe ich bei den Bildern gerne kürzer zu bekommen. Einen Metallwinkel. 90 Grad Winkel. Also es braucht erst einmal viel Strom. Und es ist dazu da, dass man Metall zusammen tun kann. Eine Schweißanlage. Ich fühle mich! Vielen Dank.